Da bin ich wieder Leute und ihr werdet es nicht gemerkt haben, vielleicht, aber mein Kanal war seit letzten Freitag nicht mehr erreichbar, was sich herausgestellt hat, wegen eines Google-Bugs, denn ich wurde bezichtigt des Glücksspiels und deswegen wurde mein Kanal einfach gesperrt. Ich habe keine Strikes gehabt, keine Ermahnung oder sonstiges und deshalb hatte ich mich dann natürlich im Forum ausgelassen. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr arbeitet zwei Jahre lang hier bei YouTube, sage ich mal, arbeiten. Bearbeitet eure Videos, damit sie auch ansehnlich bleiben, damit wenigstens nicht so herausgestochen wird, dass ja die Let's Plays vor zwei Jahren so kacke sind. Jetzt, ja, also ich war richtig zornig und sauer, weil es einfach auf einmal weg war und ab morgen wird es dann zum Glück wieder weitergehen mit Metro Last Light und Star Wars Episode 3. Ich hatte ja schon einen neuen Kanal geöffnet, da wollte ich dann nochmal alles hochladen. Das habe ich jetzt zum Glück nicht mehr zu tun. Das war auch alles, was ich jetzt hier loswerden wollte. Werdet aktiv in den Kommentaren, ich weiß, dass ihr schreiben könnt und bis dahin, bis dann.